Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei der Adventure Night Paranoia 2, mit dabei immer noch Timur. Hey. Da ist Timur. Wir waren dabei, so 20 Diamanten, die wir gerade im Flugzeug gefunden haben, gegen den Hebel. Genau, mit den Pilotenschlüssel. Das machen wir eben mal so. Jetzt habe ich endlich die Schlüssel. Alles klar. Lass ich, warte, ja, hast du schon alles? Ja, ich habe mich schon voll ausgerüstet. Ich glaube, ich habe die Rüstung mal noch nicht an. Bam, 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 bam. Boah, ich habe so viel Essen. Das ist auch an der Rüstung für mich. Ich kann gerne mitbringen. Ja, wäre nett. Bogen und Pfeile auch, ne? Ja. Ja, aber. Einmal hier und da und da und da. Frisch ausgekotzt. Oh, ja. Bitteschön. Okay. So, wo müssen wir nochmal hin? Gate 3, ne? Ja, das war genau hier. Genau. Wir haben jetzt ungerüstet auf TeamSpeak. Ich weiß nicht, ob man das hört. Vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht. So, let's go. Command and Control. Pilot, SSO. Wir sind die Pilots. Ja. So. Okay, wir können hier anscheinend didn't travel. Dann, hm. Wo wollen wir jetzt? South Beach? Ja. Von links nach rechts. Mal von links nach rechts. Okay. Ciao. Yeah. Wir sind gelandet. Klappt ja. So, exit. Manche Löcke gehen. Endlich. Ja. Ein Buch. Okay. Alles. Ein Buch. Nein, ich meine Schuhe ausziehen. Meine Musik ist ein bisschen laut. Moment. So. Destination South Beach. Objectives find and destroy the power sources in this town. Geht klar. Timo, du hast auch verstanden, worum es geht, oder? Ja, ja, ja. Glaub schon. Geht schon fast. Wo müssen wir hin? Da. Das, die Pyramide sieht cool aus. Okay. In die Pyramide. Hier sind zwei Power sources. Da oben ist ein komisches Raumschiff. Okay. So, water filtration center. Okay, ich habe... Powery fight water, level 1 filtration, unfiltered water. Okay. Oh, 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 oh. Also, ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Tito. Wenn ich nur treffen könnte, dann wäre ja alles super. Ich bewahre mir die Pfeile lieber auf. Naher brauchen wir die noch irgendwo. Hier? Hm. Sehr gut. Teamarbeit. So, was müssen wir tun? So, ich würde sagen, erstmal das Wasser hier verschmutzen oder so, weil wir müssen ja diese Power stores hier kaputt machen. Ah, ah. Ja, das sollte man nicht tun. Das erzähle ich doch. Das heißt, wir müssen erstmal die Farben, die wohl schmutzig sind, aktivieren. Ja. Okay. Ist gelb schmutzig? Schmutziger als... Ja. Das ist glaube ich sauber. Blau und weiß. Blau und weiß ist beides schmutzig, ey. Hat sich nichts getan. Oder nur die sauberen? Ja, genau. Lassen wir das probieren. Ich mach mal die schmutzigen weg. Und die sauberen an direkt. Hast du? Ja, hier noch die beiden. Nö. Aber hier sind wieder Zombies gekommen. Ach, wahrscheinlich will ich rausgegangen. Aua. Pass auf, die Mutter kommt Zombie. Aber hier ist trotzdem nichts passiert. Das Ding ist immer noch an. Ah. Was steht denn draußen? Vielleicht müssen wir nur die Dinge aktivieren, die draußen. äh, stehen. Sind Zombies gekommen? Guck mal, ob Zombies gekommen sind. Nope. Die hat mir gehört. Purified water, 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 water filtration. Vielleicht möchten wir diese Farben irgendwie in dieser Reihenfolge, in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren oder so. Ja, lass mal ausprobieren. Erstmal von blau, grün und dann braun vielleicht, ja. Ja, blau, grün, braun. Aber auch in der Reihenfolge, ne? Wurst, blau. Blau. Hier. Warte, welches blau? Warte, ich's zweimal machen. Ja, das wolle blau. Also das, wo ich draufstehe? Nein, nein, das ist lila. Oh, scheiß rot-grün-schwäche. Blau, grün, braun, ne? Ja. Das mache ich, das mache ich. Oh. Okay, das gab jetzt. Ah, wir sind gut. Wir haben's geschafft. Wir haben, ich hab 10 Level gekriegt. Ich bin Level 21. Ich bin 20, aber... Ich brauch Essen. Brauchst du? Ich hab nur Hals genug. Mein ganzes Invertreis vielleicht. Ah, okay. So, da ist noch so'n Ding. So, da ist noch so'n Ding. So, warte mal. Clear spring mausing. Hey, vorsichtig. Ein Buch. Hey, da. Timo, was hast du getan? Von da oben lag TNT, also das kam runtergeflogen. Timo, nehmen wir alles auseinander. Ja, genau. Wow, das war knapp. Es sieht, wie jemand versucht, diese Power-Source zu sabotieren. Vielleicht sind die Residenz hier bewusst, die dunklen Effekte dieser neuen Energie. Ich hätte besser einen Weg finden, um es zu schließen, bevor mehr Leute gethört werden. Wir sollen die Power-Source deaktivieren. Ja, das wollten wir schon. Die ganze Zeit. Ja. Ich schau' mal hier links hinten raus. Ist das irgendwo Hebel oder? Da ist ein Hebel. Da ist ein Villager, der dreht sich wie ein Irr am Kreis. Ich glaube, der soll... Ja. Warte, der ist, glaube ich, ertrunken. Der ist gerade ertrunken. Ja, der ist ertrunken. Naja, er gehört eher an die Psychiatrie als hier. Oh ja. Ey. Komm nicht mehr raus. Ich will irgendwas brennen. Achso, das ist der Kessel. Willst du ein bisschen Suppe? Haha, nö. Ich mag dich so. Hm, hier ist ein Hebel. Soll ich den betätigen? Ja, drück mal drauf. Ich habe einen Creeper-Head gefunden. Ist das passiert bei dir? Nö. Wo ist denn dieses Power-Ding? Da. Ist da was passiert beim Power-Ding? Nö, ist immer noch an. Autsch. Warte, lass mal da drunter gucken, wo diese... Unter dem Nether-Stone? Äh, oder End-Stone. Das ist Obsidian. Obsidian. Ja, genau, Obsidian. Da ist nichts. Aber da führt irgendwie ein Weg hier. Hier unter dieser Wasser... Ah, komm mal her! Ins Haus da. Wo ich gerade war. Ja, warte, ich komme mal. Ich habe noch... Äh... irgendwas Cooles. Ich kann unter Wasser atmen. Achso, wegen deinem Helm? Nö, ich habe Water-Breathing 6 Sekunden lang. Wo bist du denn? Ja, hier, hier. Ah, okay. Achso, das haben wir wegen dem... Ähm... Source-Dingens... Wegen dem Power-Source. Oh. Echt? Ah, hier ist was Cooles. Wird hier dieses schwarze Teilchen. Oh, oh. Oh, oh. Hier ist ein Knopf. Ich brauche Sauerstoff. Ah. Was stand da drauf? Power-Source. Power-Source. Termination. Haben wir es jetzt ausgemacht? Ja. Glaube ich. Wir haben ja schon Level bekommen. Die Autatsache. Oh, oh. Wir haben... Water-Breathing. Oh, nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht mehr. 3. 2. 1. 1. Kein Thema. Ja, es ist aus. Geil. Okay, perfekt. Dann sind wir hier schon fertig, oder? Oder müssen wir noch was machen? Hier in dem Haus, ganz hinten. Könnten wir nochmal gucken. Nein, ich schaff's nicht. Ich bin so nurbig. Warte, ich komme hinterher. Versuch's zumindest. Das ist jetzt noch ein Hebel. Eine Endertruhe. Und eine Kettenhaube. Schneewelle. Ja, ich weiß. Die habe ich aber mal extra. Die habe ich aber mal extra. Die habe ich aber mal extra. Und jetzt... Skull. Zombiehead. Zombiehead. Untertitelung des ZDF, 2020